Wer hat das bestellt? Wer hat so viel Pinke, Pinke? Wer hat so viel Geld? Wir brauchen eine Konferenz der Länderschuss dieser Woche. So sterben uns bis Ende Januar 25.000 Menschen. So ein Fest will keiner. Karl Lauterbach, SPD, Virologe, im Dezember 20. Wer hat das bestellt? Wer hat so viel Geld? 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 Der Wer hat so viel Geld? Wer hat so viel Geld? Wir brauchen eine Frau, und blach Millas. Michael Felschmann, Ministerpräsident CDU, Februar 21. Wer soll das bezahlen? Wer hat das bestellt? Wer hat so viel geblieben? Wer hat so viel Geld? Wer soll das bezahlen? Wer hat das bestellt? Wer hat so viel Geld? 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 Wer kann so viel Geld? Der Mann. Das entscheidet nicht die Politik, sondern das Virus. Michael Zetschmann, Ministerpräsident, CDU, im Februar 21. Wer soll das bezahlen? Wer hat das bestellt? Wer hat das bezahlt? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir sind in der Stadt der Stadt der Stadt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020